Sie kennen mich, es ist nicht speziell. Ich bin sehr zufrieden, aber nur zählt Gladbach. Und dass Gladbach heute 20 Punkte hat, das ist gut. Ich bin zufrieden für alle. Ich bin auch zufrieden für mich natürlich, aber für alle. Wir wollen weiter in dieser Serie. Das ist klar, das nächste Spiel ist wichtig. Im Europa-League-Spiel, wo wir gewinnen wollen, gewinnen müssen fast. Und für heute, das ist klar, es war wichtig, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft gewinnen. Es ist sehr, sehr schwer, immer gegen Offenheim zu spielen. Da haben wir Mühe in der Vergangenheit und das hat heute geklappt, war wichtig für mich. Aber ich habe NSOS Weiler kennengelernt, als er Trainer war bei Grasso Per Zürich. Ich war noch Spieler. Das war ein Top-Trainer natürlich mit viel Charisma. Und ich hatte einen guten Kontakt mit ihm, als ich ihn getroffen habe. Zwei-, dreimal war er auf der Bank und so. Und das war auch ein Gentleman. Amen. Amen. Amen.